Die grüne Umweltministerin Frau Lemke ist der übrigens ein Musterbeispiel. Diese grüne Margot Herrnecker, liebe Freundinnen und Freunde, ja. Die Grünen machen so viel Mist, eigentlich müssten die selbst unter die Düngeverordnung fallen, liebe Freundinnen und Freunde. Viel zu lange Einspieler für das, was er da von sich gegeben hat, nach meinem Geschmack. Finde ich nicht. Finde ich nicht. Ich finde, Herr Lanz, ich finde, das ist für unser... Ob wir das zeigen oder nicht, Frau Lemke, das ist millionenfach bereits geteilt und verbreitet. Es ist für unser Land problematisch, wenn ein Ministerpräsident, egal wo und in welchem Raum, solche Äußerungen von sich gibt. Ich glaube, das ist ein Problem für den politischen... Ja, aber wenn wir sie nicht zeigen, wird es nicht besser, ne?